In diesem Video werde ich dir drei Möglichkeiten zeigen, um dein iPhone zurückzusetzen. Einmal kann sich das iPhone zum Beispiel selbst zurücksetzen oder du nimmst einen Windows-PC dafür oder ein Mac. Ja, diese drei Methoden gibt es. Dann ist es natürlich noch ganz wichtig zu überlegen, warum möchtest du dein iPhone zurücksetzen. Wenn du es nämlich verschenken oder verkaufen möchtest, dann ist es ganz wichtig, deine Apple-ID von dem iPhone abzumelden, damit nämlich der nächste Besitzer oder Benutzer seine eigene Apple-ID hier anmelden kann. Ja, wenn deine noch drinsteht, dann würde das nämlich nicht funktionieren. Wenn du das iPhone nur zurücksetzen möchtest, weil es vielleicht einen Softwarefehler hat oder weil es nicht richtig läuft, dann brauchst du das Abmelden nicht machen. Dann lässt du die Apple-ID einfach drin und dann setzt du die Einstellungen zurück. Das werde ich dir jetzt für beide Fälle mal zeigen. Als erstes zeige ich, wie die Einstellungen zurückgesetzt werden. Dazu öffnest du die Einstellungen, scrolle etwas nach unten und tippe auf Allgemein. Hier scrollst du nach ganz unten und tippst auf Zurücksetzen. Ganz oben findest du die Option Alle Einstellungen zurücksetzen. Wenn du das wählst, dann musst du das mit deinem PIN bestätigen. Danach musst du zweimal hintereinander auf Zurücksetzen tippen. Das iPhone wird jetzt die Systemeinstellungen auf die Grundeinstellung zurücksetzen. Problemverursachende Einstellungen sind jetzt zurückgesetzt. Sogar das WLAN, da müsstest du dich dann entsprechend neu verbinden. Wenn es jetzt immer noch nicht funktioniert, dann liegt es höchstwahrscheinlich an einer App, die da drauf ist. Im nächsten Schritt werden wir uns dann mal angucken, was du machen kannst, wenn du dieses iPhone verschenken oder verkaufen möchtest. Also sollte es jetzt auch immer noch nicht funktionieren, dann kannst du den nächsten Schritt bei dir natürlich auch ausprobieren. Du solltest dann aber allerdings ein Backup vorher erstellen. Wie das funktioniert, da blende ich dir hier rechts oben mein Video ein. Du findest das auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Denn im nächsten Schritt werden alle Dokumente und auch Fotos von dem iPhone gelöscht. Deswegen ist ein Backup in dem Fall sinnvoll. Jetzt werden wir uns mal anschauen, wie wir das machen. Als erstes werden wir nämlich das iPhone von der Apple ID abmelden. Und dann werden wir alle Inhalte und alle Einstellungen zurücksetzen. Und dann kannst du es auch verkaufen oder verschenken und der Nächste kann sich dann mit seiner Apple ID anmelden und das ganz normal verwenden. Als erstes sollte die Apple ID von deinem iPhone abgemeldet werden. Öffne dazu die Einstellungen. Tippe ganz oben auf deine Apple ID. Dann scrollst du nach unten. Tippe ganz unten auf die Optionen abmelden. Das bestätigst du nun mit deinem Apple ID Passwort. Tippe dann auf Deaktivieren. Hier kannst du sehen, welche Daten entfernt werden bzw. welche Daten erhalten bleiben. Wichtige Daten solltest du deshalb vorher sichern. Tippe erst dann oben rechts auf Abmelden. Das bestätigst du dann nochmal mit Abmelden. Die Verknüpfung wird nun aufgehoben. Scroll runter und tippe auf Allgemein. Nun wieder nach ganz unten. Und dann tippe auf Zurücksetzen. Um das iPhone in die Werkseinstellungen zurückzuversetzen, tippst du nun auf Alle Inhalte und Einstellungen löschen. Das bestätigst du mit deinem PIN. Danach tippst du zweimal auf iPhone löschen. Nun wird alles gelöscht und das iPhone setzt sich in die Werkseinstellungen zurück. Wenn es damit fertig ist, dann startet es direkt mit der Neueinrichtung. Falls du das iPhone jetzt nicht mehr für dich selbst nutzt, dann kannst du es jetzt herunterfahren. Drücke dazu eine der Lautstärke-Tasten und die Seiten-Taste. Halte beide Tasten gedrückt, bis der Schieberegler erscheint. Diesen ziehst du dann auf die andere Seite. Nun ist das iPhone aus. Wenn du ein iPhone mit einem Windows-PC zurücksetzen möchtest, dann installierst du iTunes. Den Download-Link findest du in meiner Videobeschreibung. Wenn iTunes installiert ist, dann kannst du es direkt starten. Sobald iTunes geöffnet ist, verbindest du das iPhone mit deinem Computer über ein USB-Datenkabel. Bei der ersten Verbindung muss auf dem iPhone und in iTunes die Vertrauenswürdigkeit zwischen den Geräten bestätigt werden. Das iPhone wird dir dann in iTunes angezeigt. Klicke dann links bei Geräten auf das iPhone oder oben auf das iPhone-Symbol. Hier findest du die Option iPhone wiederherstellen. Wenn du darauf klickst und diese Meldung erscheint, wo ist, muss deaktiviert werden, dann ist mit dem iPhone eine Apple-ID verknüpft. Diese kannst du entweder löschen oder du deaktivierst die wo ist-Funktion. Dazu öffnest du auf dem iPhone die Einstellungen. Dann tippst du auf deine Apple-ID. Hier tippst du auf iCloud. Dann scrollst du etwas nach unten. Hier findest du die Option mein iPhone suchen. Wenn du darauf tippst, dann kannst du es hier oben deaktivieren. Das muss dann mit dem Passwort der Apple-ID bestätigt werden. Tippe dann auf deaktivieren. Damit ist die wo ist-Funktion deaktiviert. Wenn du nun wieder zu iTunes auf dem Computer wechselst, dann klickst du nochmal auf iPhone wiederherstellen. Klicke dann auf nicht sichern. Um alles zu löschen, klickst du jetzt auf wiederherstellen. Dann wird das iPhone zurückgesetzt. Das iPhone kannst du natürlich auch mit einem Mac zurücksetzen. Dazu verbindest du iPhone und Mac über ein Datenkabel. Wenn beide Geräte das erste Mal verbunden wurden, dann muss hier gewählt werden, dass der Verbindung vertraut wird. Tippe nun auf Vertrauen. Das bestätigst du mit deiner iPhone-Pin. Danach wechselst du wieder zu deinem Mac. Öffne dann auf dem Mac den Finder. Wähle hier links im Finder das iPhone. Hier muss auch nochmal die Vertrauenswürdigkeit bestätigt werden. Klicke dazu in der Mitte auf Vertrauen. Wie bei iTunes in Windows findest du hier oben die Funktion iPhone wiederherstellen. Damit kannst du auch hier das iPhone zurücksetzen. Klicke dazu auf Wiederherstellen. Dann willst du kein Backup erstellen. Wenn du jetzt auf Wiederherstellen klickst, dann werden die Daten von dem iPhone gelöscht und alle Einstellungen zurückgesetzt. Für den Fall, dass sich hier etwas ändert, dann werde ich natürlich ein Update-Video dazu hochladen. Wenn du darüber informiert werden möchtest, dann abonniere hier am besten gleich den Kanal und dann bekommst du eine Nachricht, sobald ich ein neues Video hochlade. Wenn dir dieses Video hier gefallen hat, dann drücke gerne auf Like. Wenn du mehr sehen möchtest, ich blende dir hier mal eine Playlist zu Apple ein und hier eine für Android-Geräte. Ich sage dann erstmal soweit Ciao. Mehr von mir kannst du hier sehen und dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.